Hallo zusammen, hier ist eure Monja mit einem neuen Ritual für euch. In den letzten Tagen ist das Thema Vergebung sehr stark an mich herangetragen worden und gerne möchte ich euch ein ganz ganz einfaches Ritual mitgeben, mit dem ihr sehr schnell einfach auch inneren Frieden für euch finden könnt. Es gibt sehr viele Vergebungsrituale, bestimmt stelle ich euch auch nochmal ein umfassenderes vor, aber das hier ist jetzt genau für diese Jahreszeit, diese lichtvolle Zeit, wo es draußen ein bisschen dunkler wird und wir uns wirklich auch gerne mit Licht umgeben, ist das ein ganz einfaches und wertvolles und schnelles Ritual, mit dem ihr schnell Fortschritte machen könnt. Stellt euch also einfach vor, es gibt eine Person, mit der ihr am Hadern seid, egal aus welchem Grund, ob es euer Partner ist, ob es ein Nachbar oder eine Nachbarin ist, ob es ein Arbeitskollege ist, eine Freundin, ein Elternteil, ein Familienmitglied, es ist wirklich ganz egal. Wenn ihr das Gefühl habt, es ist so ein Grummel und Groll in euch und so ein Hassel und ihr könnt wenig loslassen und ihr spürt aber auch, ihr könnt das jetzt mit der Person nicht eins zu eins wirklich austragen oder klären, sondern ihr möchtet erstmal einfach so für euch im Inneren, den inneren Frieden wiederherstellen. Dann könnt ihr wirklich einfach eine Kerze hernehmen und ihr zündet diese Kerze für die Person an. Also das ist quasi wie ein liebevoller Moment, das ist auch ein symbolträchtiger Moment, dass man sagt, ich entzünde für dich ein Feuer. Feuer ist ein Element mit sehr starker Symbolkraft und auch mit sehr starker energetischer Kraft. Das heißt, ein Feuerritual ist immer sehr kraftvoll. Auch wenn es nur eine Kerze anzünden ist, bedeutet es eben doch von der inneren Haltung her, ich zünde für dich ein Licht an, dieses Licht strahlt für dich, dieses Licht steht für den Glanz und die Liebe und alles, was ich öffnen darf in deinem Leben. Und wirklich in dem Moment, wo ihr bewusst für diese Person die Kerze anzündet, das heißt, ihr stellt euch diese Person vor und ihr sagt wirklich, ich entzünde dieses Licht für dich. Ich möchte, dass es friedlich ist zwischen uns. Ich vergebe dir alles, was passiert ist und ich vergebe mir auch meinen Zorn, meinen Groll und meine Verzweiflung vielleicht. Und jetzt dieses reinigende, strahlende Licht, das strahlt jetzt für dich und für mich. Und das ist eigentlich schon alles. Aber wisst ihr was? Probiert es wirklich mal aus, denn es bewirkt etwas. Es verändert etwas in euch. Es ist einfach ein ganz schöner, kurzer Moment, der euch wirklich Ruhe und Frieden schenkt und der jetzt auch einfach in dieser Zeit, die eigentlich eine sehr lichtvolle, glanzvolle Zeit sein darf, euch auch wirklich gut tut und ja, einfach auch die Stimmung im ganzen Raum mit verbessert. Probiert es gerne mal aus. Ich freue mich auf eure Feedbacks und hoffe, dass ganz viel Licht und Frieden und innere Ruhe bei euch einkehren darf. Ich freue mich auch aufs nächste Mal mit euch. Tschüss, alles Liebe, eure Munja.